yo was geht ab freunde mein name ist fast und herzlich willkommen zu einem neuen vlog ich nehme euch einmal mit von montag bis sonntag und zeige euch mal wieder was ich so alles getan habe ihr wisst ja freunde dass ich neben dem reselling noch ein paar andere sachen erledige und das zeige ich euch in diesem video zum anfang würde es mich natürlich sehr freuen wenn ihr ein abo da lasst und die glocke anschaltet weil es so verpasst ihr keine neuen videos mehr montagmorgen man sieht dass das wochenende richtig abging also ich hatte sehr gute verkäufe und die werden dann abgegeben die nimmt nämlich meine freundin mit und ich muss heute leider bis 20 uhr arbeiten aber ich würde mich dann im laufe meiner mittagspause et cetera dann noch mal melden Untertitelung des ZDF, 2020 Kurzes Update zu dem kostenlosen PC-Spiele-Konvolut, wo ich abgeholt habe. Hier auf der linken Seite sieht man einmal die profitablen Spiele und hier in dem Karton habe ich dann einfach die rein, die jetzt nicht so viel bringen. Das sind viele, zum Beispiel aus Zeitschriften, Computerbildspiele, PC-Hardware-Games und die werde ich dann auch einfach weiter verschenken. Und den Rest stelle ich dann ein und schau mal, wie viel ich da mit dem PC-Konvolut unterm Strich an Gewinn erzielen kann. Yo, was geht ab, Freunde? Wir gehen jetzt einmal zur Post. Ich hatte nämlich ein paar coole Verkäufe am Montag und dann hole ich mir einen Corona-Test, denn ich möchte morgen in einen Second-Hand-Shop. Und da kommt man ja jetzt nur noch mit einem negativen Corona-Test rein. Ich bin gespannt, wie das Ganze läuft. Ich wurde ja schon ein paar Mal auf Corona getestet, vor allem, wo ich mir die Nase habe machen lassen. Ja, bin mal gespannt, wie dieser Selbsttest dann ist. So, Freunde, da ist der Selbsttest. Der hat mich jetzt 10 Euro gekostet, weil bei uns geht es nur zwischen 9 und 11, sich gegen Corona, also dann kostenlos, testen zu lassen. Naja, ich habe jetzt 10 Euro für bezahlt und dann kann morgen entspannt in den Second-Hand-Shop gegangen werden. Gerade eben das erste Mal auf Twitch live gestreamt. Also es war sozusagen ein Test-Stream, damit ich schauen kann, was ich schon für Einstellungen gemacht habe, beziehungsweise wo noch Veränderungspotenzial ist. Und ja, vielen, vielen Dank an diejenigen, die zugeschaut haben. Ihr seid die Besten. Und jetzt kannst du langsam aber sicher in die Umsetzung gehen. Die Internetverbindung ist auch stabil gewesen. Ihr könnt mich ja gerne auf Twitch schon mal auschecken. Da heiße ich fast, ich würde mich über ein Follow sehr freuen. Und im ersten regulären Stream sind wir dann entweder ein 12 oder 24 Stunden Stream. Da geht es richtig ab. Zeit gespannt. Guten Morgen, Freunde. Jetzt geht es einmal in den Second-Hand-Shop. Zu Anfang wurde ja mein Gewinn leider gedrückt. Dank dem Corona-Test, der kostet mich ja 10 Euro. Aber das holen wir definitiv wieder raus und ich zeige euch dann auch wieder meine Ausbeute. Bis gleich. Jetzt gerade eben wieder zu Hause angekommen. Das war jetzt wirklich ein Akt. Also dieser Schnelltest, den ich gestern gemacht habe, der war nicht gültig. Man braucht einen tagesaktuellen, also sozusagen eine Bescheinigung. Und da bin ich dann auch nochmal hochgefahren. So eine Apotheke, die muss dann auch nochmal einen Test durchführen, damit ich dann mit dieser Bescheinigung in den Second-Hand-Shop komme. Ja, 10 Euro umsonst ausgegeben. Jetzt für den Schnelltest und jetzt für den Apothekentest musste ich nichts für bezahlen. Also es gleicht sich sozusagen aus. Und ich habe wirklich sehr, sehr viel mitgenommen. Und sobald ich weiß, schließen bei uns die Second-Hand-Shops ab nächster Woche wieder. Und auch generell die Läden bis halt auf den Einzelhandel. Schade, aber ich habe dafür dann heute nochmal ordentlich eingekauft. Und dann wird halt der Fokus dann für nächste Woche dann eher auf Online-Deals gerichtet. Und vor allem, wo ich unterwegs war, ist die Playstation 5 gedroppt auf Amazon. Soweit ich weiß, hat die Community Paar bekommen. Nicht so viel diesmal. Das war wirklich innerhalb wieder von ein paar Minuten weg. Aber wenigstens Paar-Konsolen gehen raus an die Community. Wenn ihr wissen möchtet, wo ich Deals poste, dann checkt mich gerne auf dem Discord ab oder in der Telegram-Gruppe. Das ist alles kostenlos, Freunde. Und da stelle ich euch Deals rein, die ihr einkaufen könnt, um sie dann teurer zu verkaufen. Oder aber auch für Sammler. Seid gespannt. Donnerstag und ich habe es endlich jetzt geschafft, mich als DHL-Geschäftskunde anzumelden. Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld mich das jetzt unterm Strich gekostet hat. Aber ihr wisst ja, Freunde, man kann nicht alles auf dem Schirm haben. Und das war es sozusagen auf der To-Do-Liste ganz unten. Und jetzt habe ich es endlich mal hinbekommen. Ich bin wirklich auch gespannt, was ich für ein Angebot von der Warenpost bekomme. Das ist sozusagen gleichzusetzen mit Bücher und Waren-Sendung, nur mit Sendungsnummer. Und es geht relativ schnell, oder was heißt relativ schnell, angeblich schon Zustellung am nächsten Tag. Und das ist gleichzusetzen, eigentlich mit der Bücher- und Waren-Sendung. Und da dauert das Ganze derzeit drei bis vier Wochen. Und der Kunde meldet sich innerhalb von fünf Tagen immer und fragt dann schon, wo ist das Paket. Jetzt sind wir auch schon wieder in der Mitte des Videos angekommen. Und hier würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mich einmal auf meinem Discord-Server auscheckt. Ob ihr jetzt Anfänger seid und mit dem Reselling beginnen möchtet, oder aber auch schon Profis, ihr seid herzlich eingeladen. Das Ganze ist natürlich komplett kostenlos. So Freunde, das erste Spiel, was ich mitgenommen habe, ist einmal Schweinerei von MB-Spiele. Das ist auch vollständig, das habe ich gerade eben überprüft. Und das geht ganz gut bei eBay weg. Achtet immer auf MB-Spiele, das ist eine sehr gute Marke für Brettspiele. Natürlich vorher immer vergleichen, was sie zum Resell bringen. Und dann einfach das Risiko für euch abwägen, ob ihr das Brettspiel mitnehmt oder nicht. Wir haben jetzt hier noch ein Spiel des Lebens in der Star-Edition von Parker. Von Parker nehme ich auch immer sehr gerne die Spiele mit. Die bringen meistens im Resell dann auch ein bisschen mehr. So, dann geht es weiter mit Gregs Tagebuch. Zehn Sekunden, Baller, Baller. Das ist auch vollständig diesmal. Ich bin wirklich glücklich, wir haben einen Lauf, Freunde. Jetzt habe ich noch zwei Spiele, die sind noch etwas größer. Und drückt mir die Daumen, dass die auch vollständig sind. Gerade eben gefreut. Und jetzt haben wir das erste unvollständige Spiel, nämlich Schnappthubi von Ravensburger. Ist ein echt riesengroßes Spiel. Fehlen aber auch nur zwei kleine Teile. Da gucke ich mal, vielleicht kriege ich die günstig im Netz, um dieses zu vervollständigen. Oder ich verkaufe es einfach unvollständig. Das geht auch ab und zu mal weg. An Sammler da einfach einen günstigeren Preis verlangen. Denn je nachdem, wie viel ihr dafür bezahlt habt, kann man ja da ein bisschen mit dem Preis spielen. So, Freunde. Das letzte Brettspiel wurde einmal überprüft. Wo war es? Auch von Ravensburger. Das ist dann wieder vollständig. Also wir haben diesmal nur ein unvollständiges Brettspiel mit am Start. Von daher würde ich sagen, das ist eine gute Quote. Und jetzt wird das Ganze gelistet. Heute mal wieder den ganzen Tag in einem spontanen Discord-Talk gewesen. Mega, mega nice. Auf jeden Fall wieder viel gelernt. Viel erzählt. Und wenn ihr darauf Bock habt, auf das Thema Resetting oder allgemein, wie man zum Beispiel Produkte günstig bekommt, um sie dann teurer zu verkaufen. Oder wir haben zum Beispiel auch schon ein paar Playstation 5 in dem Discord abgreifen können. Dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr das einmal auscheckt. Den Link dazu findet ihr in der Profilbeschreibung. Man glaubt es kaum, aber es ist kostenlos. Guten Morgen, Freunde. Jetzt geht es einmal zur Post. Denn ich muss schon wieder Zoll nachbezahlen. Bin mal wirklich gespannt, um was es sich da handelt. Ich habe nämlich viele Sendungen aus dem Ausland. Immer wöchentlich kann man sagen, so zwei bis drei Stück. Und da kann es ab und zu vorkommen, dass ich Zoll nachbezahlen muss. Aber das ist alles mit eingerechnet. Also alles halb so schlimm. Heute kam auch mal wieder Post. Und wir haben hier ein weiteres Paar der limitierten Pokémon-Suita. Die schauen wir uns das hier nochmal kurz an. Die habe ich ja schon mal gezeigt in dem Blog. Aber ich habe mir davon einfach ein paar weitere bestellt. Ich habe jetzt gerade eben gemerkt, dass hier die Verpackung kaputt ist. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm im Resale. Es geht ja eher um das Produkt und die Hammerse zum 25-jährigen Jubiläum limitiert. Und ja, die sind jetzt zum Glück gekommen. Die sind leider durch den Zoll gegangen. Und ich musste dafür Zoll bezahlen. Passt mal darauf auf, wenn ihr jetzt zum Beispiel im Ausland bestellt. Jetzt zum Beispiel Großbritannien ist ja aus der EU ausgetreten. Aber es gibt sehr, sehr viele Shops, die bieten euch an, den Zoll zu übernehmen. Deswegen würde ich da auf jeden Fall die Rechnung behalten. Jetzt sind wir auch schon wieder am Wochenende angekommen. Und dadurch, dass ich immer wieder die Frage bekomme, hey Fassler, wie vergleichst du die Preise? Habe ich mir gedacht, das zeige ich euch mal anhand der Ebay-App. Wir haben hier zum Beispiel ein Produkt, nämlich die Wegdeschamps Top Trainer Box. Und da möchten wir jetzt einmal den Preis herausfinden, für wie viel diese angeboten wird und für wie viel diese im Schnitt verkauft wird. Dadurch nehmen wir jetzt einfach die Box und drehen sie einmal um. Denn hier haben wir die EAN, die kann man nämlich mit der Ebay-App scannen. Ihr nehmt euer Handy und bei Ebay kann man einmal auf das Foto-Symbol klicken. Und dann kann man dann somit schon einmal den EAN scannen. Und dann wirft die App euch einmal aus, für wie viel diese Box derzeit angeboten wird. Wenn ihr jetzt oben auf Filter klickt und ein bisschen runter scrollt, auf Mehr anzeigen und den Reiter einmal Verkaufte Artikel aktiviert, könnt ihr sehen, für wie viel diese Box verkauft wird. Bei den verkauften Artikeln muss man dann immer wieder vergleichen zwischen den Verkäufern. Es gibt nämlich einmal Privatverkäufer und gewerbliche Verkäufer. Bei den Privatverkäufern sieht es meistens so aus, dass man da Waren günstiger beziehen kann, dadurch, dass sie wiederum auch keine Gebühren haben, wenn sie jetzt bei Ebay verkaufen, außer natürlich die Verkaufsprovision, die Ebay dann einmal bekommt. Aber ihr habt dann auch wiederum kein Rückgaberecht. Und bei den gewerblichen Verkäufern sieht es meistens so aus, dass das die Marktpreise sind, die man vergleichen kann. Denn da könnt ihr gewiss einmal einkaufen. Und wenn euch das Produkt nicht passt, könnt ihr es einmal zurücksenden. Es gibt gewerbliche Verkäufer, die bieten ein Rückgaberecht von 14 Tagen. Und dann gibt es auch wiederum welche von sogar 30 Tagen. Und das war es schon. So vergleiche ich einmal die Preise. Und wenn ihr beispielsweise gebrauchte Produkte habt, checkt einmal entweder den Ehren ab. Und wenn ihr beispielsweise ein Plüschtier habt, wo gegebenenfalls kein Ehren zu finden ist, dann gebt es einfach oben in die Suchleiste ein. Und dann schaut ihr einfach, ob dieses Plüschtier schon mal verkauft worden ist. Und da könnt ihr euch dann den Preis herleiten. Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende der Woche angelangt. Und heute mache ich einen aufentspannt und sortiere Lego-Figuren. Da sind einige dabei, die echt was wert sind, Freunde. Und jetzt sind wir auch schon am Ende des Vlogs angekommen. Und wenn euch das gefallen hat, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Und wir sehen uns definitiv im nächsten. Haut rein!